Hallo ihr Lieben! Heute nehme ich euch mit zu einer Fashion Show, die ich moderieren darf in der Weber Zeile in Riedem im Kreis, in Oberösterreich. Da werdet ihr mal Backstage sehen, wie das abläuft, wo sich die Models umziehen, wie die Vorbereitungen sind und ich freue mich schon sehr darauf. Ich würde sagen, wir fahren jetzt mal los und wir sehen uns dann in Ried. Ich bin dann echt gespannt, mir das Video anzusehen, weil ich habe ja keine Ahnung, was für Gerämmaschen ich schneide, wenn ich mit dem Auto fahre. So, ich bin jetzt in Ried angekommen, in der Weber Zeile und ich muss jetzt schon zum Meeting. Ich finde es immer so spannend, weil in Einkaufszentren, wo ich noch nie war, kenne ich mich nie aus. Deswegen schauen wir mal, wo die denn alle sind. Aber ich sehe da schon die Bühne und die ist hoch. Bei der Besprechung hat sich vieles getan und ich muss noch einiges verändern, aber es wird. Und so schaut das Backstage aus bei den Models. Hallo, hallo. Grüß Gott. Seit wann seid ihr schon da? 6.15 Uhr. 6.15 Uhr. Ich durfte um 11 Uhr kommen. Die Show startet jetzt, das ist die erste. Hallo. Hallo. Und ich gehe jetzt um die Bühne. Meine Zettel bereit. Und das ist unser Motto. Frühling, Frühling, Frühling. Wer hat denn den Winter schon so richtig satt von Ihnen? Zeig's auf. Ja, das sind so einige, gell? Aber ich bin da schon mal schon sehr glücklich dabei. Und wenn sie mal Zeit haben, dass sie Replike von den wunderschönen Gesichtern der Models und Band auf die Schuhe lenken, die tragen nämlich Schuhe von Romanek und ich übrigens auch, sind sehr betrieben, kann ich mir empfehlen. Die erste Show ist jetzt mal abgehakt, dann und jetzt kommt die Abendshow und die Abendshow ist ein bisschen anders als die andere. Mein Name ist Moko Deo und ich freue mich sehr, dass ihr den Abendgründer hinter wunderschönen frühlingshaften Bruchbühnen. So, wir sind fertig mit der Show. Guten Morgen, es geht weiter, Tag 2 bei der Modenschau für die Moderation und ich fahre jetzt wieder nach Ried in Inkreis. Auf geht's. Na, haben Sie sich ausgesperrt? So geht's immer ab bei uns. Ich mach jetzt mal auf. Ich freue mich noch. Also man merkt schon, dass es was mir ist. Sonst freue ich mich schon. Ausgeschlafen. Lott. 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 Letzte Show stehen an. Die Ruhe vor dem Spiel. So, die letzte Fashion Show ist vorbei. Und es war einfach so, so, so cool. Wie ihr gesehen habt, ist es bei der Modenschau Backstage immer locker und lustig und eine coole Atmosphäre. Und wo ich euch das nächste Mal mitnehme, das verrate ich noch nicht. Ihr seht ihr dann bald. Tschüss! Hallo ihr Lieblings. Heute nehme ich euch mit zum Radio. Tschüss!